Ja, unglaublich aber wahr und damit erst mal herzlich willkommen an dem schönen Silvesterabend. Hallöchen! Herzlich willkommen, 20 Uhr, mein Gott, Silvestergala, Let's Play Live Show. Ihr habt richtig eingeschaltet, unglaublich. Ah, ich setz mich mal. Ah, Hallöchen zusammen. Hallo Silence, hallo Anakin, hallo Söckchen. Ah, schön, dass ich muss mal eben hier mein Teflon mal eben hinlegen. So, ja, Silvestergala, unglaublich aber wahr. Ey, geil, boah. Jetzt habe ich noch mein Bier da stehen lassen, so eine Scheiße. So, Wahnsinn. Meine Güte. So. Huch, hoppala. Ah, so. Ähm, ja, ist mal schön, dass ihr da seid. Das wäre gar nicht. So, ich muss mal eben hier so ein Knöpfchen offen machen. Ich habe ja ein bisschen Boysline bekommen über das Jahr. Ah, sonst platzt das nachher. So, ähm. Ja, mein Gott, ein Jahr ist vergangen jetzt. Und ja, das wäre heute gar nicht dazu gekommen, dass ich heute GTA spiele. Denn, ja, mein GTA ist leider nicht eingeflogen. Und da hat ein lieber Freund von mir, der liebe Alex, hat sich bereit erklärt, mir das auszuleihen. Und das quasi dann heute, ja, in der großen Silvestergala hier in der Let's Play Live Show. Uh, warum ruckelt der denn so? Hallo, 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 hallo. Äh, ja, euch zu zeigen. Der Silence, der säuft schon gerade hier mein, mein Whisky weg. Ja, und, ähm, ja, wir werden jetzt hier vier Stunden erstmal bis zwölf Uhr natürlich jede Menge Spaß haben. Ja, ich, für mich ist es ja auch jetzt das erste Mal hier auf der Playstation 4 hier GTA zu spielen. Und, ähm, wisst ihr was? Ich habe jetzt hier auch so ein bisschen... Hui! Fangen wir damit schon mal an. Davon gibt es noch viel mehr später. So, ich würde sagen, wir stiften erstmal für Chaos. Guckst du nicht mal durch mein Loch da? Ist denn sowas durch... Das war schon wieder zweideutig. So, äh, wo komme ich denn nochmal in meine Garage? Äh, 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 ich verlaufe mich total. Äh, alle in die Garage, genau. Alle in die Garage. So. Ja, und natürlich erstmal Stößchen. Prost zusammen. Werden wir uns natürlich drüber unterhalten. Ähm, ja, wie es so weitergeht. Auch mit Let's Play Live Show und mit YouTube und alles und... Ja, da werden wir ein bisschen drüber reden. Es gibt viele Veränderungen, auch was Let's Play Live Show angeht. Magst du mitfahren? Ähm, ähm. Ähm. Das ist übrigens mein Traumauto. Ja. Ähm. Was wollte ich gesagt haben? Ich wollte... Huch! Ähm. Ich wollte gesagt haben... Ihr dürft euch nicht wundern, wenn ihr keine Musik läuft. Ja, das hat so ein bisschen rechtliche Konsequenzen. Weil, äh, ich möchte doch gerne... Wow. Ich möchte doch gerne... Ähm. Alter, auf dem Schnee fährt sich das so übel. Weil ich möchte doch gerne die Silvestergala dann auch auf YouTube stellen, falls die Leute, die heute feiern sind... Äh, hallo? Wie guck ich nochmal nach hinten? Also, die heute feiern sind, das nicht mitbekommen. Werd ich dann das Ganze dann nochmal auf YouTube... Äh. W-wie war denn? Äh. Huch! Hallo? Was-was tue ich? Ich komm mit der Steuerung noch gar nicht klar. Wie war denn? Achso, X ist Handbremse, ne? Hallo? Äh. Äh. Ah. Das ist gut zu wissen. Alter, ist das laut? Oder mein ich das nur? Ich muss mal eben hier... Die Einstellung entschuldigen. Ich muss mal eben hier... Kleinen Moment. Bin sofort wieder da. So. Ich glaube, das ist schon besser. Und ich muss mal eben meine Musik runterdrehen. Just a moment. Weil die ist auch unheimlich laut. Mir fliegen die Ohren weg. So, da bin ich schon wieder. Oh, ne, ne. Jetzt muss ich natürlich aus dem Bild gehen, weil sonst... Zoomt da nämlich die Kamera wieder weiter weg. Oder näher dran. Und dann sieht man den Tisch nicht. Weil ich habe mir gedacht, dass wir nachher auch ein bisschen Bleigießen machen. Yeah. Voll cool. Cool. So. Aha. Ah, so. Äh. Hupala. Huch. So. Ähm. Was ist denn jetzt passiert? Wieso ist denn jetzt... Was war los? Achso. So. Ich habe voll Bock, Scheiße zu bauen. Komm her, du. Wo will er hin? Alter. Bleib stehen! Oh. Ja, das wird es wahrscheinlich auch dann geben, dann, ne. Um 12 Uhr. Ja. Hui. Aber nicht jetzt. So. Steh' aus! Steh' aus! Hallo? Bleib stehen! Bleib doch stehen! Ich will doch nur mit dir reden! Bleib stehen! Ich will nur mit dir reden! Wie hau' ich denn nochmal zu? Achso. Bleib doch stehen, du Kacker! Äh, ich will doch nur mit dir reden! Oh! Oh! Huch! Wo ist denn jetzt hin? Was war das denn? Hallo? Bleib stehen! Na, dann eben du! So! Sollst liegen bleiben! Habe ich gesagt. Liegen bleiben! Dum 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 dum. Was ist das denn für ein hässliches Auto? Soll erst mal die Lampen austreten. So. Bleib doch stehen! Bleib doch stehen mit deinem Auto! Habe ich gesagt, bleib stehen! Huch! Warte mal, man kann doch auch... Wie war denn nochmal mit den Schneebellen? Man konnte doch auch irgendwie Schneebele greifen. Mit dem... Ah, okay, nach links. Ah, okay. Guck mal hier! Äh! Hihihi! Guck mal hier! Äh! Aua! Das tut ja so... Ins Gesicht! Komm her! Komm her! Hm! Das ist ja ulkig! So, jetzt schmeiß... Ich schmeiß in deine Scheibe rein! Hm, so! Hihihi! Hm, so! Das kriegst du nie wieder raus aus dein... Aus dein... Äh... Aus dein Sitzen! So! Was? Guck mal hier! Hm! Warte mal, kann man... Aua! Warte mal, kann man auch die Ampel... Hallo? Die Ampeln auswerfen? Oh, Tatsache! Gibt's doch gar nicht! Hihihi! Ist ja geil! Guck mal hier! Oh! Feuer! Entschuldigung! Hey, da liegt Geld auf der Straße! Nehmen wir doch mit! Ahaha! Boah! Boah! Was war das denn, bitte? Was... Alter! Jetzt bist du fällig! Du bist so fällig! Komm her! Komm her! Ich hatte... Was ist das denn? Hi Alexien! Ah! Warte mal! Guck mal, die guckt grad so lieb! Guck mal! Oh! 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 Entschuldigung! Ich war's nicht! 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 Was war der da hinten? Mann, hier! Scheiß Auto hier! Geh weg! So! Ich hab' ne großartige Idee! Ja, geh weg! Hehehehe! Entschuldigung! So, geh mal aus dem Weg! Ich hab' schon zwei Sterne! Was? Warum? Wieso? Ja, hallo Alexien! Hallo ihr beiden! Grüße euch! Willkommen zur Silvester-Gala! So! Stösschen! Wow! Ich würde gerne... Ich hätte gerne, äh... Ein Heli... Oh! Ein Helikop... Aua! Ein Helikopter! Ja, ich bin unterwegs! Alter, GTA macht so ein Fun! Gut, sieht's aus! Dankeschön! Ja, mein Gott, Silvester-Gala! Ich hab' ja auch Tischfeuerwerke und sowas alles still! Soll' wir auch zwischendurch mal machen! So ein bisschen... Und Bleigießen natürlich! Äh... Wo ich... Ich muss erstmal damit klarkommen, wieder GTA zu spielen! Ich hab' ja auch für Dreier das gespielt! Hab' mein Charakter ja auch übernommen! So! Mein Gott! Ja, jetzt erstmal vier Stunden natürlich! Non-Stop-GTA-Action! Ich freu' mir! Ey, Alter! Da, die Karren lassen sich auf Schnee mal sowas so gut wie gar nicht! Lenken! Äh... 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 Nein, 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 nein! Und Bremsen ist gleich null! Warte mal! Aua! Wer schießt denn da auf mich? Ich hab' doch nichts getan! Oh! Huppala! Ich bin sofort da! Ja, dauert nur drei Stunden! Äh... Ah, nee, oder? Nein! Woher krieg' ich denn eigentlich die Weihnachtsklamotten durch das ab? Wo krieg' man die denn her? Okay... Nein! Wie geil ist der denn? Alter, das kenn' ich ja noch gar nicht! Auf der Reihe hatte ich das nicht! Ich will's ausprobieren! Juhuuu! Ohohohoho! Oh! Äh... Moment! Hallo da, Chris! Ich grüße dich! Willkommen zu Let's Play Live Show zu Silvester-Gala! Ohohohoho! Ohohoho! Ohohoho! Silvester-Gala! Oh, Alter! Ohoho! Ohohoho! Ohohoho! Massenschlag! Wie kann ich denn nochmal hupen? Achso Hui Ach nee, es gibt's doch gar nicht hier Ist ein Weihnachtsbaum? Unglaublich Mann, ihr fahrt alle falsch, ich fahr richtig Ich fahr alle weg So Das sieht so anders aus durch den Schnee Das ist unglaublich Aber Moment, die Ecke kenne ich Ja Die Ecke kenne ich irgendwo her Oh, guck mal, da ist ein Guck mal, wir müssen mal schubsen, so Boah, Alter Schon wieder Schnee, geil, ja Ja, sie haben es jetzt verlängert bis Morgen, glaub ich Das freu ich mir Alter, was ist Alter, gehst du weg da, du Scheiße Man konnte doch auch schießen Als Fahrer, oder? Ging das nicht? Ach ja, stimmt So Auf geht's Ich weiß gar nicht, wo wir hinfahren Ich fahr einfach mal Ich will die ganze Zeit immer X drücken für Nitro Aber das geht ja nicht Wow Ach du Scheiße Ach du Scheiße Hilfe Das war nicht gewollt Das war voll geplant War das, ja Definitiv So Ich würde gerne oben in die In die Pampa fahren Da muss ich erstmal gucken, wo wir da Ich glaube, wir fahren hier schon mal gar nicht mal so schlecht Alter, diese Reifen Die sind so riesig Wow Boah Ja, mein Gott Und dann noch eine Deutschlandflagge da dran, ey An dem Wo gibt's denn sowas? Mal ganz ehrlich In welchem Spiel? Geh weg, du Scheißbulle Alter Alter, geh sterben So So Ich hab keine Tür mehr Fällt mir gerade auf Ach stimmt, man kann ja Ach ja Wie geil ist das denn? Uah Ego-Perspektive Hab ich ja noch gar nicht ausprobiert Äh Uah Vielleicht sollte ich mal dahin gucken, wo ich hinfahre Und mich dich angucken die ganze Zeit So Ja, mein Gott Silvestergeala Unglaublich Wahnsinn Prost erstmal Ich glaub, wir müssen irgendwo Rechts abbiegen Ach so, Monster Truck kann das ab Fahr du Karre So Schönen guten Abend Hi Nice King Und willkommen zu Silvestergala Der Let's Play Live Show So, jetzt versuchen wir mal zu entkommen Und dann bauen wir da hinten weiter Scheiße Yeah Das ist immer so Ich hab auch so ein Auto zu Hause So So Äh Da sind schon wieder die Alter, dieses Auto Das kann man sich glaub ich auch nicht in die Garage stellen, oder? Okay Okay So Ähm Das glaub ich, dass du so fährst Mit dir Auto fahren ist Hölle Ja 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 Das ist ein, das ist ein Betonschild Das gibt's doch gar nicht Ein riesen Monster Truck von einer Million Tonnen Fährt so ein dämliches Schild nicht um Fährt so ein dämliches Schild nicht um Das gibt's doch gar nicht Hallo So Wir sind im Osten, die Militärbasis ist im Westen Ähm Du kannst ja mal einen Wegpunkt hinsetzen Ich krieg einen Anruf Dann fahren wir da mal hin So Ja, Let's Play Live Show Mein Gott, Wahnsinn Äh, äh Ein Jahr jetzt Im Februar feiern wir ja einjähriges LPLS Doch bei Roller Ähm Ja, es wird sich viel ändern bei, bei Let's Play Live Show Hi, äh Elik Okay, ich grüße dich Willkommen zur Let's Play Live Show Zur Silvestergala Ja, es wird sich viel ändern Wie gesagt, also Es wird so bleiben Ja, jeden Abend 20 Uhr Also Freitags und Samstags 20 Uhr Let's Play Live Show Das wird bleiben Es wird aber, äh Es wird wieder zu den alten Wurzeln gehen Ja, das heißt also 20 bis 22 Uhr wird's dann immer Neue Spiele Oder so, zum Beispiel so GTA Oder halt Far Cry Oder halt Spiele, die man halt kennt Oder neue Spiele werden dann vorgestellt Und dann ab 22 Uhr geht dann der Horror los Ja, Outlast Und Und so ein Gedöns Weil das war ja früher immer so gewesen Ganz am Anfang Ich entsinne mich Uah Huch Das war bei der Let's Play Live Show Ja, das war ja immer gewesen 20 bis 22 kamen dann immer neue Spiele Oder auch Was ist Punkt, Punkt, Punkt Das hatte ich ja auch mal eingeführt Das habe ich auch irgendwie links liegen lassen Und dann nach 22 Uhr Werden wir dann wahrscheinlich dann wieder Horrortitel einführen Wie Daylight, Outlast Und es kommen ja auch viele neue Horrortitel Nächst Ja, da freue ich mich sehr drauf Da werden wir dann gemeinsam Spaß haben Ähm, ich bin noch überlegen Ob wir eventuell am Freitag Der Let's Play Live Show Ein Free Games Freitag einführen Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher Also Free Games Freitag wäre dann quasi so Demos zeigen Und so, so neue kostenlose Spiele Die im Plus Store verfügbar sind Und, äh, das ist so momentan auch so in Planung Ja, mit der Let's Play Live Show Hui Das sieht alles so anders aus mit dem Schnee Das ist unglaublich Nicht schlägt back to the basic, ja Ja, es war ja, anfangs war es ja so gewesen Na, back to the basics Das war ja, es war ja so gewesen Ich hatte ja auch mal eingefügt Diese, die, 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 äh, Rubrik Was ist Ja, dann hab ich dann immer vorgestellt Was ist zum Beispiel Das Spiel XY Ja, und solche Sachen Und, äh, da Hab ich so ein bisschen das auch links liegen lassen Und, und dadurch, dass auch so ein bisschen Chaos Jetzt, jetzt vor kurzem noch in der Let's Play Live Show gab Das war ja da, wo wir die Party da hatten Das ist so ein bisschen alles aus dem Ruder gelaufen Und, äh, ich hatte mir da halt Gedanken drüber gemacht Dass wir das dann halt nicht mehr so tätigen Also Party wird's nicht mehr geben im Stream Also mit anderen So in der Party So jetzt hier so GTA und sowas Kann man das vielleicht mal machen Das ist kein Thema Aber so generell Let's Play Live Show Wie gesagt, back to the roots Wieder zurück Und, äh, ich hoffe, das freut euch sehr So Huch, war da was? Ich hab's nicht gesehen So Ja, Thema YouTube Let's Plays Äh, die Party war doch das Geilste Ja, das stimmt wohl Aber es ist, wie gesagt An einem Tag ist es aus dem Ruder gelaufen So ein bisschen Deswegen Und, äh, dadurch wird's dann wahrscheinlich Dann das nicht mehr geben So in der Form und der Art Mit der Let's Play Live Show Prost zusammen Wow Oh, ich besteige gerade das Auto Oh, mhm, oh, oh Oh, oh ja, oh, schönes Auto Hm, oh Alter, was ist mit dem Alter Alter, was ist Alter Ey, also Bleib stehen Bleib stehen Meine Güte So Ja, Freundschaftsantfragen Nehm ich, oh, hupala Nehm ich immer, äh, äh Bitte nach dem Stream an Hupala, hallo Ey, alter So, jetzt, 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 jetzt Jetzt, 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 jetzt Ja, excuse me Jetzt ist vorbei mit excuse me So Ja, ich komme Ich steige ein Ich steige ein Bleibst du mal stehen? So So Ähm Stimmt, Party war Trotzdem sehr amüsant Ja, das, das stimmt Also amüsant war es gewesen Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr Vor allen Dingen war es sehr unter der Gürtellinie Und, und, und nicht mehr so den, 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 äh Es hatte nicht mehr so den Na, wie sagt man? Ich komme jetzt nicht drauf Ich habe schon so die Socken ab Nein, Quatsch Ähm Es hatte nicht mehr so das Ambiente Nein, Ambiente auch nicht Wie sagt man denn nochmal? Ich komme nicht drauf Ich komme bestimmt gleich drauf Es war wie gesagt sehr, sehr unter der Gürtellinie Und das ist halt, äh, äh, ähm Das, das, das gefiel mir halt nicht so Und deswegen wird's, wird's nicht mehr, nicht mehr so sein Ja, zum Thema YouTube Ähm, zum YouTube-Channel Äh, momentan laufen ja noch, äh, die Let's Plays Never Alone Und, äh Ich habe eine viel geilere Idee, wie wir da drauf kommen Ähm Ich bin Christoph und du, ich bin Sascha Hi, grüß dich Christoph Willkommen zur Let's Play Live Show Silvestergala Prost erstmal Ähm Ja, im Februar feiern wir Einjähriges Let's Play Live Show Am 7.2 Ein Jahr Let's Play Live Show Ja Alter, was war das denn bitte? Der hat da voll den Cliffhanger gemacht Alter, was ist das denn? Ah Ich kriege den Jet Ich kriege den Jet Ich kriege den Jet Ich kriege den Jet Ähm Ach, oh, nee, komm Was der Was, bitte? Ah Okay, so, just a moment Ich brauche ein Auto Ich weiß nicht, irgendwo gab es so eine Stelle mit einem Berg Da konnte man auch da reinjumpen Bleib stehen! Guck mal, ich habe eine pinke Waffe Gaffi, hi Bleib stehen Ja, bleib stehen So, ich klau mir jetzt hier den Cadillac Ja, geh weg So Ähm Ich muss erst mal gucken Warte mal Irgendwo war Hm So Ja, Thema YouTube Wie gesagt, es laufen ja momentan noch die 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 Zwei Let's Plays Never Alone Und Minecraft Minecraft in the Season Und Äh, ich weiß gar nicht Wo war denn jetzt nochmal dieser Berg? Ich glaube, da hinten war das Ähm Mein Beileid an guten Rutsch Was, was? Oh Du musst gleich auf Arbeit Oh mein Gott Ja, guten Rutsch, Nice King Das ist natürlich nicht schön Nimm War das jetzt hier gewesen? Was fahre ich mir denn hier zu sein? Hilfe! Irgendwo Ich muss, ich muss mal gucken So Nee, du, das ist gerade sehr Das ist hier alles privat Sei mir da nicht böse drum Das ist privat Ah, wo fahre ich? Ah, hier war das, glaube ich Ja, hier ist das Juhu Ich schaff das mit dem Cadillac Ich schaff das Uah Uah Ja, wenn ich mal auf dem Berg bleiben würde Na toll Alter, was, was fahre ich denn hier mir zurecht? Hilfe! Du kannst kein Auto fahren, du Depp Sieh ich jetzt schon Sieh ich jetzt schon wieder die Leute sagen So Ich schaff das Ich schaff das auch nur mit dem halben Antrieb Jaaaaaah Nee, okay, auch nicht Scheiße Kacke Mann, dreh das Auto um Hey, ich hab'n Hot Rod Cool Oh Höhöhö Höhö Uah Ist die Herausforderung Hier über diesen Berg da raufzukommen Höhöhö So Jetzt muss ich mal kurz hier Wieder Anlauf nehmen Um auf den Berg raufzukommen Mh So Ja, wenn das Auto mal da hochfahren würde Es ist zu langsam Es ist einfach zu langsam Das ist Das gibt's doch Ich fahr einfach rückwärts Gibt's denn sowas? Ja, ist mir egal Was jetzt jemand möchte Hier für ein Auto Ich hab grad keine Zeit Dass er ein bestimmtes Auto möchte So Jetzt, jetzt, jetzt Ich schaff's nicht Das war falsch Oh Jo, bis später Mach's jo gut Kennen eine gute Fahrschule Ja, das kann ich mir vorstellen So Prost zusammen Oh, so Jetzt, 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 jetzt Neeee Scheiße Oh, nein Hahaha Alter, was war das denn, bitte Oh Ja, toll So, jetzt, jetzt Mach mal hier Komm, wir machen mal Zünden mal hier So'n Sind jetzt mal hier dabei So'n Tischfeuerwerk Ich muss mal gucken Ob ich denn mein Mein Feuerzeug Ach, scheiße Das liegt da hinten noch Kleinen Moment Just a moment Wenn wir schon einmal dabei sind Wie gesagt Bleigießen hab ich auch noch voll Bock drauf Was liegt denn hier rum Was ist das denn? Ich hab grad irgendwie ein Aufkleber Oder Komet Feuerwerk GmbH Über Seering 22 In 27 5 8 0 Bremerhaven Wollt ihr die Telefonnummer auch haben? Da könnt ihr da heute ein bisschen Telefonterror machen Nein, den sag ich jetzt nicht So Anzünden Und dann geht's los Tischfeuerwerk Yeah Uh Hey Huch Was war denn da drin gewesen? Ich weiß gar nicht, wo die Sachen hingeflogen sind Ey, ich hab'n Pokal Yeah Was war denn da noch drin? Ich hab'n Pokal und'n Kreisel hab' ich Cool Yeah Wie geil ist das denn? Moment, hier haben wir noch was Ey So, später mehr Jetzt geht's weiter mit GTA So Aber Moment Als erstes Muss ich ihn erstmal da Alter Fleißige Treterei hier Aua Aua Nicht ins Gesicht Aua Nicht in die Beine Aua Geh weg Geh weg Oh, das war fies Bring Gizmo Feuer in Sicherheit Ah, der guckt hier gerade so ein bisschen rum So Äh Äh, wo bin ich denn hier? Hallo? Wie bin ich hierher gekommen? Ende Warte mal Wie war das denn nochmal mit Ich muss erst mal Ähm Wie war das denn nochmal mit Ich kann doch hier einen anrufen für meine Autos Wer war das denn nochmal? Meriwether An die Mechaniker Genau Ja Prost Ja Viel Spaß bei der Party So Ähm Wählen Achso, ja Achso, ich kann jetzt hier mein Fahrzeug wählen Stimmt, das war ja es ja Äh So, nehmen wir mal den Ich bringe es bei Okay, ich bringe es vorbei Habe ich da eine Macke im Gesicht? Also habe ich ja sowieso immer Aber im Spiel Wo steht, ja Ja, du hast zu festgehauen Ja, du hast zu festgehauen Du hast zu festgehauen Hast du Du hast Meine Aggression Oh, ey Okay Okay Du willst es also so, ja Du willst es also so, ja Hier So, ich schmeiße die Scheiben ein Mit dem Schneebellen Warte mal Hinten ist noch ein rotes Licht am Leuchten Das muss ich noch austreten So Ach, da steht mein Auto Guck an So Ja Willkommen zu Let's Play Live Show Silvestergarle Schön, dass ihr alle da seid Ey Alter 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 Wirst du wohl aussteigen aus der Karre? Wenn ich sag aussteigen, dann Ey Der klaut mein Auto Oh Aua Ey Alter, jetzt, jetzt reicht Jetzt reicht es mir Jetzt reicht es mir So 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 Oh Oh Oh, wie er da liegt So, nochmal drauf treten So Warte mal Kann ich in die Tür abtreten? Wenn er gerade nicht da ist So Moment Guck mal da hinten Boah War der knapp Boah 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 dij 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 Jujuuu hahaha Ups Ja, wer ist schneller? Wer ist schneller? Jujuuu So Auf geht's Will auch Oh, das ist viel zu schnell! Das ist viel zu schnell, wie ich fahre! Ähm... Alter, der kommt überhaupt nicht mit Lenken klar, der Fahrer. Jaaaa! Oh, 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 oh! Oh, oh, so. Hoppala. Ja, mein Gott, unglaublich. Ah, Wahnsinn, ey. Diese Stunde haben wir schon gespielt. Unglaublich. So... Yeeaaah! Wow... oh, 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 ok. Ah, hier wollte ich gar nicht hin. Aber ok. Wieso hupen die den oben auf der Brücke, wenn ich unten drunter bin? Das muss mir mal einer erklären. So, gucken wir mal. Vielleicht finden wir ja sogar den Weihnachtsmann. Wer weiß. Kann ich da langfahren? Äh, nein. Ich glaube nicht. Das hat sich so eben erledigt mit meinem Auto. Yeah! Und ich glaube, für deinen auch gleich. Warte, ich helfe noch nach. Äh, ich habe keine Munie mehr. Nein, ich sollte unbedingt für 12 Uhr Munition sammeln. Boah, wie schwer das Laufen hier drin ist. Hm. Funktioniert das? Du brauchst dich gar nicht da im Gras verstecken. Guck mal. Guck mal, ein Läuche, ein Brett. Äh, geh weg. Aua. Das war gemein. Prost. Rückwärtig abgestochen. So, Reese One. Moment. Ähm. Ähm. Ich habe da auch was für dich. Kleinen Moment. So, wo ist er denn jetzt? Da hinten ist er. Moment. Man kann sich doch... Wie kann man sich denn nochmal ducken? Wie war das denn nochmal? Links? Da duckt er sich aber nicht. Achso, ich bin übrigens... Bin ich leidenschaftlicher, äh... Golfspieler. So. Leidenschaftlicher Golfer. So. Das ist geil, das ist... Wollte ich nur mal gesagt haben. So. So, ich muss mal eben schauen, was haben wir denn... Äh... Das ist auch gut. Das ist auch gut. Alter, dieser Matsch. Ja, ich würde heute noch ankommen bei der Brücke, bitte. So. Ich würde sagen, wir fahren jetzt gleich erstmal schön zum, äh... Antiquitätenhändler, wollte ich jetzt sagen. Zum, äh... Waffenhändler. Weil ich hätte gerne ein paar Raketen für später. Lauf den Berg hoch. Das kann nicht so... Wie er sich aber bewegt, ne? Äh, äh, äh... Ja, ja, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Moment. Just a moment. Ich schaff's. Nein, auch nicht. Was war das denn? So. Mal gucken, ob ich mit dem Baseballschläger, äh... Ob ich ein Auto anhalten kann. Boah. Boah. Alter, was? Ich prügel dich. Ich prügel dich aus dem Auto raus, Kumpel. Ich prügel dich. Oh, sch... Ey. Was ist mit dem nicht in Ordnung? Alter, was ist mit euch... Alter, was ist mit euch nicht in Ordnung? Steig aus aus der Karre. Du tickst doch wohl nicht ganz sauber. Mutter. Mutter. Beim... Alter, was ist hier los? Der LKW-Fahrer muss sterben. Oh, ist das langsam, das Auto. Ja, ich bin leidenschaftlicher Golfer, ja? Ich hab den Ball gewechselt. Der LKW-Fahrer muss sterben. Der ist gnadenlos reingezogen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich hab dir gesagt, bleib stehen. Ich hab dir gesagt, du sollst... ...stehen bleiben. Raus aus der Karre. Ich habe gesagt, raus aus der... Alter. Aus den LKW-Fahrerin. Ist mir egal. Ist mir egal. So. Oh. 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 Ja, guckt euch das an. So funktioniert... So geht das. So regelt man Dinge heutzutage, ja? Guck, was er Angst hat. Wieso fahren denn hier alle Frauen LKW? Was ist denn hier nicht in Ordnung? Oh. Was ist denn hier an der Welt falsch? Das ist mal ganz ehrlich. Dun, dun. Oh ja. Darf man da hinten aufsteigen? Geht das? Fahr los. Oh, verlos. Ja, ich lieg hinten drauf. Fahr los. What the hell? So. Ähm. Moment. Wo bin ich? Hier bin ich. Ich komme. 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 Ja, ich fahr mit. Oh. Ja, okay. Ne, das funktioniert nicht. Was, was, wenn ich, was, was? Wenn ich so, komm, ich dich lieber nicht besuchen, ey. Was willst du damit wieder sagen? Hm, ne, gar nichts. Warte mal, wie kann man denn nochmal diese Moves machen? Man kann doch so irgendwas zeigen, so Mittelfinger oder sowas, ne? Warte, was denn nochmal? Online und dann Optionen, ja. Äh. Ja, ich muss mal eben kurz gucken, was ich hier alles habe. Moment, äh. Ist es das? Ich weiß es gar nicht. Probier's mal. Beide Sticks drücken. Funktioniert bei mir nicht. Moment. Ähm. Optionen. Ach so, da muss ich vielleicht erstmal auf, äh, die Einstellung gehen, ja? Damit ich erstmal die Steuerung reinkriege. Äh, wie funktioniert? Also mal gucken, äh, Steuerung. Bremsen, Fahrzeug ziehen. Äh, äh, äh. Interaktionsmenü. Upe, beschleunigen, Bremsen. Äh, äh, äh. Fahrzeug, third person. Luftfahrzeug, zu Fuß, Ego-Perspektive. Im Fahrzeug, Ego-Perspektive. Ach da. Ähm. Schleunigen, Handbremse, Kinokamera, umsehen, bitte? Ja, 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 ja. Ach so, online, Optionen, ja. Äh, Moment, das schaue ich mal eben. Laune, normal, glücklich, äh, Aktionszufüge. Ah, hier, ach so, Rauchenschlinger, keine. Ah, da habe ich es, okay. Ich probiere das mal aus, geht das? Bei mir macht der nichts. Hallo, mein Freund. Das ist eine Uzi. Äh, wie funktioniert denn das? Ne, Moment. Ne. Äh, nein. Da, das ist... Wie geht denn das? Ja, aber welche Taste ist denn das, die du da drückst? Ne. Passiert bei mir nichts. Passiert bei mir irgendwie nichts. Wenn ich beide Sticks drücke. Hm. Ja. Ja. Nee. Ähm. Du musst ja eigentlich unter Einstellung stehen, oder? Steuerung. Steaks nach hinten sehen. Umsehen nach hinten sehen, Handy rechts, links. Ne, keine Ahnung, funktioniert irgendwie nicht. Warte mal, wenn ich aussteige vielleicht? Ich steige mal eben aus. Ja. Ja. Beim Aussteigen funktioniert's. Äh, führe eine Variation. Zweimal drücken, oder? Oh, der hätte die Tür abgefahren. Der, der hätte die Tür abgefahren. Ist hier sowas möglich? Gibt's doch gar nicht sowas. Also ehrlich. Stößchen. Ja. So. Dann schaue ich nochmal. Aber ich habe doch bei Online-Optionen... Nein, 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 nein. Nicht neue Sitzung finden. Hallo? So, im Fahrzeug. Ja, habe ich. Wähle die Schnellaktion... ...die verwendet wird, wenn du in einem Fahrzeug... ...in einem Fahrzeug unterwegs bist. Ja. Habe ich. Hm. Ha. Könnte man auch machen, wie bei... Wie bei, äh, äh... Wie bei, ähm...